Hallo zusammen zum nächsten Part Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier in der Dodongos Höhle, in der wir schon lange rein wollten, ne? Und wir haben immer noch keine Ahnung, was diese Dinger uns sagen wollen. Wie wir sie töten und, ne? Ziemlich doof und so. Das kann ja auch nochmal ganz rumgehen. Ne, doof. Egal. Passt schon. Haben ja Zeit. Wieso nicht? Das ist irgendwas. Ach, das ist glaube ich ein Deko, oder? Ich seh's jetzt gerade nicht. Komm, geht mal hoch, ihr Kleinen. Steinchen da. Hui! So, weiter. Gut. So, da ist ein Gitter voran. Denen komme ich nicht vorbei. Ja, hier ist eine Tür. So. Bumm. Ja, passt schon. Ohne Tour. Ohne Tour. Ich bin gespannt. Ein Labyrinth-Karte. Jo. Ja, ja, Bäume, Räume. Ja, das, das kenne ich schon. Dann will ich mir die einmal angucken. Oh Mann, das ist ja so kompliziert. Mensch. So, ich könnte jetzt entweder nach vorne gehen, oder ich, äh, gucke was. Äh. Komm, hier. Die Sicht ist mal so doof. So rum. Vielleicht. Würde ich mal ausprobieren. Oh, hi. Ja, hallo. Ähm. Bisschen zurück? Was bist du für ein komischer Deko? Sprechen. Lesen? Okay. Ähm, ich gebe auf. Äh, wie wär's, wenn ich dir ein Deko-Schild verkaufen würde? Er kostet 50 Rubine. Ne, ich hab ein Deko-Schild. Ups, dann verschwinde ich besser. Ja, ne, ein Deko-Schild brauch ich nicht. So. Hier vorbei. Aber irgendwie muss ich jetzt doch... Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas... Na. Ich muss nicht unbedingt. Yay. Hab ich hier jetzt irgendwas bekommen? Nö. Doof. Ganz doof. So, dann warte ich hier nochmal, bis das Ding... Na, komm, scheiß drauf. Äh. Aber das wird nichts. Hier lang. Hui. Knapp. So, hier rüber. Ah, komm. Link mach. Schneller. Danke. So, dann hier das nehmen. Hier rüber. Schön. Da haben wir den. Und... Jetzt wollen wir noch an den anderen kommen. So, hier schon mal rüber. Und... Hier rüber. Gut. Das ist hier. Hui. So, okay. Jetzt haben wir die alle erledigt. Ach, da ist noch eine Tür. Gut. Dann machen wir die erst. Gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. So. Tür auf. Okay. Was sind das denn für Biester? Autsch. Das ist ja uncool. Da, weg. Weg, 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 weg. Ist ja uncool, ehrlich. So richtig. Ein Herzchen wäre jetzt ganz schön. Ein Herz für Camero. Hehehe. Ah. Ich finde euch richtig uncool. Wisst ihr das? Habt ihr das schon erwähnt? Äh, bitte sagen wir das hier in einem dieser Töpfe jetzt. Ein Herz ist verdammt. Ah, ja. Puh. Ähm. Hier hätten wir noch eine Tür, die ich aufsprengen könnte. Wenn ich da denn das Dings dafür hätte. Ein Dings. Was geht das da hoch? Ich denke, ich muss da eine Statue entschieben. Na, komm. Komm. Aktion. Ach, machst du das? Das reicht, glaube ich. So, hier rüber. Na, los. Mach, Link. Das geht schneller. Jetzt haben wir die schon mal, äh, offen. Wie kommen wir hier? Öffnen. Ah. Okay, das war einfach. Was seid ihr? Ich glaube, ihr seid Schledermäuse. Ich glaube, ihr seid Schledermäuse. Einfach. Ganz einfach. Vor allem, wenn man da Herzen auch noch für kriegt. Zack. Zack. Okay. Hier weiter. Wo bin ich jetzt denn? Was seid ihr denn vorgegeben? Was seid ihr denn? Ja, gut. Dann geht weiter. Ist mir auch egal, irgendwo. Kümmerle ich mich erst mal um den hier. Ja, ups. Na. So. Äh. Ja gut, dann hau ruhig ab, meinetwegen. Sowieso scheiße. Wie HP haben die denn, ey. Ah. Tag auch. Das ist der letzte. Also der zweite. Na, interessant. Sag mal, Navi, du solltest den jetzt markieren. Verdammt. Mensch, ist das einfach. Okay, dann können wir die irgendwie aufmachen. Nö. Machen wir das auch mal. Hier rüber. Zack. Zack. Das ganze Geld einsammeln, das bringt eigentlich nichts. Ne. Schon klar, ne. Aber egal. Öffnen wir mal. Und sind jetzt hier... Äh. Geht die auf? Ne, die geht nicht auf. Kann ich vergessen. Mit das, ne. Was ist du denn für ein Biest? Keine Ahnung, was du gerade da... Ja, du machst einen Feuerball. Oh, Wunder. Autsch. Oh, Mann. Na gut. Geht, ne. Ah, der explodiert aber auch. Finde ich ja toll. So eigentlich nicht, aber... Ne. Dann ist das halt so. Ähm. Ich nehme mir jetzt mal hier so eine Blume. Und schmeiß die da vorne hin. Komm, geh hoch. Bums. Und dann haben wir hier noch eine Tür. Hö. Oh, hi. Einfach. Und schon wieder hat der Desktop-Hintergrund gewechselt. Oh mein Gott. Du hast gesiegt. Lass mich mal... Lass, äh... Mich dir einen Dekostab anbieten. Nein. Ups. Dann verschwinde ich besser. Dekostab, ey. 15 Rubine, ey. Puh. Vergiss es. Geh mal wieder los. Hab ja noch was Besseres zu tun. Ziemlich mit Dekosteben voll, äh... Möh. Du warst doch gerade schon da. Ja, da muss ich dran denken, ey. So. Okay. Wie gesagt, einfach... Öh... Das... Da hätte ich dran denken sollen. Oh mein Herz. Yay. Aber vergessen wir, was ich gerade gesagt habe. Hey. Äh, Mist. Oh, ähm, hi. Tag auch. Na, komm. So. Und... Die letzten... Ein bisschen weiter weg. Bums. Bums. Dann Rubin. Äh, ich... Ich brauch den... Das Geld ja nicht eigentlich gerade, weil... Ich hab ja sowieso nicht genug. Also meine... Tasche ist voll. Geh weg. Geh weg. Doofes Ding. So. Hör auf. So. Und... Nochmal. So. Und nochmal Abstand nehmen. Äh, was? Der hat aber mehr AP. Oder so. Jetzt aber weg hier. So, ähm... Wir sehen hier schon Fackeln und, äh... Ja, der Lekostab, der war dann wohl offensichtlich, ne? Wir sollen die Fackeln hier anzünden. Geh ich von aus, ne? Ähm... Und, ja, ne? Dann machen wir das mal. So, warte mal. Hier, so. Und dann durch hier. So. Und. So. Und. So. Auf damit. Ey, sag mal, der Kerl geht mir echt auf den Sack, weißt du das? So. Öffnen. Und dann sind wir hier. Genau. Da wollen wir ja hin. Und haben jetzt was genau aufgemacht? Äh, aufpassen. Ich glaube, hier war die Tür, oder? Die war gerade. Nö. Das haben wir denn gerade aufgemacht. Komm. So. Hallo. Bums. Herzchen. Nee, das war auch nicht die. Wie soll das denn das? Da hinten ist noch eine. Okay. Dann gehen wir da mal rüber. Hm. Ding soll ich mitnehmen? Ach, scheiß drauf. Kann auch ich bleiben eigentlich. Ich bin unwichtig. So. Geh wieder hoch. Warten muss ich zwar sowieso, aber... Nö. Ignoriere mich. Ich bin unwichtig. Ich glaube, die hätte ich auch einfach aufmachen können, oder? Ja, ich glaube, die muss ich einfach nur aufmachen. Ähm. Jo. Passt. Und das sind ganz viele Donnerblumen. Aber was das mit sich auf sich hat, das sehen wir beim nächsten Part. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.